Hier Rolf, wie war es im Knast? Sehr interessant. Um sich selbst noch mal so kennenzulernen. Auch die Werte, dass die mal wieder klarstellen, was für Werte man so hat. Und in sich hineinhorchen. Natürlich war es auch qualvoll, weil die Methode natürlich auch mal ohne Zärtlichkeit die Leute da zu lassen, ist natürlich eine Schweinerei. Auch ohne Sexualität, ohne Sinnlichkeit. Aber im Nachhinein war es doch eine super Zeit. Kann ich nur jedem empfehlen.